Du hörst nicht allzu gut zu, oder mein Sohn? Du und deine Freunde, ihr wollt nicht zum Camp Blood! Sie hörten nicht auf die Warnung. Hey Leute, das ist absolut geil! Sie achteten nicht auf die Schreie in der Nacht. Es war alles zu spät für sie. Niemals werden sie Camp Blood verlassen. Wir sind verloren. Wir haben keinen Führer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor er uns tötet. Einen nach dem anderen. Jesus Christus. Rausch! Wer zum Teufel bist du? Das ist nicht möglich, den Clown gibt es nicht. Das ist eine Geschichte, die sich die Bewohner ausgedacht haben um die... Ist real, ich sage sie Ihnen doch. Er hat meine Freunde getötet und jetzt wird er mich töten und er wird auch Sie umbringen. Sie tun garments! Nein! 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 Wenn Sie Blut geleckt haben, wir treffen uns im Camp Blood.